So, ansonsten Urlaub war nice. Ich werde ein bisschen was erzählen, auch im Podcast nächste Woche. Aber ja, war auch nicht so nice. War schon okay, aber wir waren in so einem Hotelresort mit all inclusive für die Kids. Und es war ein bisschen, als ob man Urlaub in einem Freibad macht und in einer Kantine isst. Ja, und dann bin ich zurückgekommen und dann ist der Pool gekippt. Also Pool, ich habe ja so einen 200 Euro Aufstellpool und den voll gemacht mit Wasser. Und ich dachte irgendwie, also ich habe auch so eine Sandwasserfilteranlage da dran und dachte, die habe ich mit einer Zeitschaltuhr während des Urlaubs, sodass die jeden Tag immer ein bisschen macht, kommt zurück. Der gesamte Pool ist gekippt. Also das Wasser im Pool ist gekippt und in den Schläuchen war es grün und es war irgendwelche Larven im Wasser und es ist komplett am Arsch gewesen. Jetzt lassen wir seit zwei Tagen das Wasser raus. Das dauert, weil es muss ja geordnet in die Kanalisation fließen. Und ich habe noch viele andere Geschichten aus dem Urlaub. Wie viele habe ich zugenommen? Ich weiß es nicht. Ich werde schon ordentlich zugenommen haben, vor allen Dingen, weil durch all inclusive ich quasi einen Rhythmus in meiner Ernährung hatte, den ich sonst so nicht habe. Also morgens erstmal üppiges Frühstück mit allem, was dazu gehört. Da sind dann Pancakes dabei, da ist dann Obst dabei, vielleicht noch eine kleine Nachspeise, hier schon belegtes Sandwich und du klatschst dir das alles so auf den Teller, weil es halt da ist. So und dann hast du noch am Pool, holst dir mittags nochmal einen Snack, vielleicht mal eine Pommes oder ein Sandwich oder ein paar Nachos und dann gibt es nochmal das üppige Abendessen. Und ja, also ich glaube schon, dass ich zugenommen habe, auf jeden Fall. Aber hey, Malotze ist nur einmal im Jahr. Aber jetzt beginnen die Wochen der Vernunft wieder und jetzt muss man einfach wieder irgendwie den Weg zurück ins Leben finden. Ich bin echt noch ein bisschen verkatert und durch von gestern. Ich bin das nicht mehr gewöhnt. Ich war gestern irgendwann, weiß ich nicht, so halb drei oder so zu Hause und ich war echt am Arsch. Einfach nur vom Rumstehen und Labern mit Menschen. Wirklich. Es ist, ich stand die letzten zwei Stunden auf der Party, habe ich einfach nur mir den Rücken gehalten und nach Sitzgelegenheiten gesucht, weil ich nicht mehr stehen konnte. Weil es ist alles so anstrengend irgendwie. Es macht schon Spaß, aber es ist auch, es ist auch so anstrengend alles. Welcher Andi ist 50 geworden? Andi Badé von Kino Plus, Kino Plus Andi. Und jetzt ist noch eine Woche normal Rocket Beans und normal Arbeit und dann ist ja auch schon wieder Gamescom. Und dann kommt hoffentlich so langsam wieder so ein bisschen Normalität rein. Ich dachte immer, Ede wäre ein Partylöwe. Ja, das sind die Geschichten von früher, die man so hört. Es ist so, ja, ich war schon ein ziemliches Party, Party-Biest. Hat sich niemand vorgedrängelt am Buffet oder so? Nee. Ich muss sagen, ich bin relativ konfliktfrei durch den Urlaub gekommen für meine Verhältnisse. Es gab kleinere Situationen, wo ich kurz Hass empfunden habe, aber ansonsten ist nichts wirklich Dramatisches passiert. Also keine Schlägereien, auch keine Fastschlägereien, keine Schubsereien, kein Angepöbel. Es waren halt ganz normale Situationen, dass ich halt einfach alle Menschen, die ich im Hotel gesehen habe, verachtet habe. Aber darüber hinaus, es gab schon diverse Sachen direkt am Anfang. Direkt zu Beginn des Urlaubs, wir sind an der Hotelrezeption, müssen die Zimmer zahlen und meine EC-Karte geht nicht. Klassiker. Klassiker. Ja, das ist aber unangenehm. Haben sie noch eine Visa-Karte? Ja. Aber kein PIN. Oh, dann geht das nicht. Ja, hm. Hä, das kann doch nicht sein. Wieso nimmt der denn jetzt die EC-Karte nicht? Oh, dann kannst du dir jetzt das scheiß Hotelzimmer nicht zahlen. Und dann stehst du da nach der Reise mit den Koffern da an der Hotelrezeption und willst einfach nur aufs Zimmer. Das war so der erste geile Aufreger. Dann noch am gleichen Tag, wir haben gerade die Koffer in die Zimmer gepackt, sitzen, irgendwo wollen wir was trinken. Dann klingelt das Telefon von meiner Frau und da ist die Nachbarin dran. Die, also sie ist jetzt keine gute Bekannte oder so, einfach die Nachbarin, man hat die Nummern irgendwann mal ausgetauscht. Und dann ruft die an und sagt so, ja, bei Ihnen im Haus geht der Rauchmelder, da geht dir natürlich der Kackstift. Und da bist du noch keine halbe Stunde überhaupt im Hotel angekommen. Also da waren sehr viele Fragen. Erstens, warum geht der Rauchmelder und zweitens, warum hört die den Rauchmelder? Also irgendwie das fast das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, wenn der Rauchmelder geht, während du im Urlaub bist. Ja, so fing alles an. Entspannung pur. Naja, ich will mich nicht beschweren. Es war trotzdem nett, wir hatten gutes Wetter. 39 Grad, als wir angekommen sind. Freunde, 39 Grad. Alter Schwede. Ja, sonst das Übliche halt. Einer hat in den Pool gekackt, der musste evakuiert werden. Ich habe Durchfall bekommen. Die klassischen Urlaubsachen, ihr kennt das, dies, das. Ich will euch ja nicht langweilen mit irgendwelchen Geschichten. Die Story geht weiter, dass Silke Schröckert, die Frau von Daniel Schröckert, die Schröckerts haben auch den Schlüssel für unser Haus. Und dann haben wir Silke angerufen und gefragt, ob sie vorbeifahren kann und checken kann, ob unser Haus brennt. Und dann ist Silke hingefahren und hat es gecheckt und hat gesagt, nein, es brennt nicht und auch der Rauchmelder läuft es nicht an. Ja, und dann war es das. Das ist ein relativ unspektakuläres Ende. Deshalb habe ich es auch nicht erzählt, weil es passiert nichts. Aber es ist halt für den Schockmoment, wenn du plötzlich im Urlaub zum ersten Mal sitzt, nachdem deine Kreditkarte oder deine EC-Karte nicht gelesen wird. Und du sitzt da und plötzlich kommt der Anruf und sagt, die Nachbarin, die irgendwie noch nie angerufen hat, sagt, der Rauchmelder geht völlig in Panik. Ähm, das, ähm, ja. Ja, let's go Urlaub. Die Nachbarin wollte nur, wir haben uns wirklich solche Gedanken gemacht so. Weil wir haben uns gefragt, wie laut ist so ein, also wie weit kann man so einen Rauchmelder hören? Ich meine, die haben schon einen sehr hohen Piepston, aber wir waren uns am Ende überhaupt nicht sicher, ob die überhaupt einen Rauchmelderton gehört hat oder ob die das nur gedacht hat. Ja gut, man kann den vielleicht schon hören. Ja, keine Ahnung. Also wir wissen nicht, ob er losgegangen ist, warum er losgegangen ist, warum er wieder ausgegangen ist, I don't know. Ich habe nicht in den Pool gekackt. Ein Kind hat, also die Anordnung des Pools ist folgendermaßen, es ist ein größerer, äh, ein, ein, also das ist so auf zwei Etagen quasi. Oben ist ein Pool, unten ist ein Pool und der obere Pool ist wie so ein kleineres Becken für, ähm, für Kinder oder Nichtschwimmer, sag ich mal, oder Babys. Und von da schwappt das Wasser aber absichtlich so rüber, wie so ein Wasserfall in den unteren Pool. Sieht eigentlich ganz nice aus. Und in den oberen kleinen Pool hat ein Kind reingekackt. Woraufhin die Scheiße inklusive Kackwurst durch diesen Wasserfall unten in den großen Pool rein ist. Ja. Und dann siehst du da plötzlich, äh, Panik in den Gesichtern. Das muss, also, äh, da hat sich wirklich Angst breit gemacht. Und die Leute, also du denkst dir, es ist der weiße Hai im Pool, weil die Leute wirklich sind wie bei einer Hai-Attack aus dem Pool raus. Und, äh, dann wurde der Pool evakuiert, abgesperrt. Dann haben die, ähm, Hotelleute da mit so einem riesen Fangnetz, äh, ähm, ja, das Lulu da rausgefischt. Und dann war der Pool noch anderthalb Tage oder so gesperrt, weil die dann da irgendwie so eine Reinigung, was auch immer die gemacht haben. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr in den Pool gegangen, ist ja klar. Die hätten mir sonst was erzählen können. Ich hab keinen Fuß mehr in diesen Pool gesetzt. Für mich war, ab dem Zeitpunkt war der Pool vorbei. Muss man einfach sagen. Ich mein, auf der anderen Seite, wer weiß, also wer weiß, wir wissen alle, wie viel da reingepinkelt wird. Macht dann so eine Kackwurst einen krassen Unterschied. Ich weiß es nicht. Ich bin, äh, dann lieber an den Strand gegangen, der direkt dran ist. Dir kriegen noch bestimmt andere Eltern und Kinder auf den Sack. Erzähl ein paar mehr Storys. Ja, ich muss mir auch noch ein bisschen was für einen Podcast aufheben, Doktor Wurst. Ihr könnt Porn hören, ähm, nächsten Freitag. Da werde ich ausführlicher über den Urlaub erzählen. Natürlich gab's Leute, die mir auf den Sack gehen. Dancing Dad natürlich ging mir auf den Sack. Der Michael Jackson-Imitator ging mir auf den Sack mit seinen drei Hula-Girls. Es gibt, äh, eine Menge. Gestern auf der Party Aquaman. Aber es ist meistens lustiger, wenn man die Welt durch meine Augen sieht. Es ist, ähm, ich kann das auch nicht immer so erzählen, aber in meiner, es ist einfach, ich geh durch die Welt und ich seh einfach so, und jeder kriegt ein Label. Und in meinem Kopf erzähl ich mir dann die Geschichte zu diesem Label. Wahrscheinlich, ich kenn ja die Leute gar nicht, aber gestern war Aquaman auf Andis Geburtstag. Und ich guck mir den einfach nur an und sag so, er ist Aquaman. So ein langhaariger, großer Dude mit so einem, ähm, wie sagt man, was ist das für ein, so ein, nicht Cord, ach, wie heißt es, so Leinen. So ein Leinen-Shirt, was so aufgeknöpft war, mit grauseligen Haaren, so gechillt. Hier so ein paar, ähm, Surf-Armbänder und, ähm, einfach so, einfach so ein Surf, so ein richtig großer, der wird groß und breit und lange, schwarze, offene Haare. Und es war einfach Aquaman. Es war einfach komplett Aquaman und ich hab den die ganze Zeit dann so, äh, und Schröckert hat aufgelegt, hat da Musik gemacht und dann kommen da irgendwie Britney Spears und er tanzt zu Britney Spears, so Aquaman. Es war, ähm, und ich stell mir dann alles so vor, es ist einfach, ne, hast du ihm eine Kippe angeboten? Ähm, nein. I don't talk to fish.